bei mir ist nachtcafé hier fährt man dir mal zu was ich dir ich sag dir so finde ich auch nicht okay wenn ihr immer eine scheiß verpasst und noch frag dich mal selbst warum mache gleich wie du von hey rebecca reuschleif ja aber nein ihr macht so lange weiter bis bin ich nicht okay bei jetzt mal becky wie du und viele andere habe beim christian weil er bevor meine zimmer der friede freuen was ist tim fragt euch mal selbst ihr schämt ihr gar nicht könnte man den hocker vorbei schicken horror clown er hilft jetzt uns auch er hatte letzte woche versprochen dass ein mädel da hätte und jetzt zu dir jetzt der ausgangsdau müde auf dich ja verfallen einsatzberichte wenn du sagst das ist einfach hast du dein video auch mal angucken und jetzt ding sauer auf dich ja er hat nur ein mieter auch mal angeguckt bei mir ich versuche wenn du jetzt mal endlich schluss machst würde und das video in die beende dafür zweimal und viele anderen leute auch dafür will ich dir auch sag dir ein tipp was du machst ich zeig dir zu dir frag ihm mal selbst mal oder den und jetzt hör auf in dich schlechte idee mini endlich mal klar wird böse papier internet polizei der hat jetzt was hast du jetzt jemand noch aber du traust dich nicht und du hast angst ja jetzt guckst du jetzt blöd an mich mal frag ihm mal selbst machen gleich wie du und frag dich selbst hey rebecca reusch live ich kann dir erklären warum aber du traust dich nicht du hast ein schiff doch du hast angst ich habe nur zweimal mit becky bei mir ist nachtcafé hier fährt man dir mal zu was ich dir ich sag dir so finde ich auch nicht okay wenn ihr immer eine scheiß verpasst und noch frag dich mal selbst warum mache gleich wie du von hey rebecca reusch live ja aber nein ihr macht so lange weiter bis bin ich nicht okay bei jetzt mal becky wie du und viele andere habe beim christian weil er bevor meine zimmer der friede freuen was ist tim fragt euch mal selbst ihr schämt ihr gar nicht könnte man den hocker vorbei schicken horror clown er hilft jetzt uns auch er hatte letzte woche versprochen dass ein mädel da hätte und jetzt zu dir jetzt der ausgangsdall müde auf dich ja verfallen einsatzberichte wenn du sagst das ist einfach hast du dein video auch mal angucken und jetzt ding sauer auf dich ja hat nur ein mieter auch mal angeguckt bei mir ich versuche wenn du jetzt mal endlich schluss machst würde und das video in die beende dafür zweimal und viele anderen leute auch dafür will ich dir auch sag dir ein tipp was du machst ich zeig dir zu dir frag ihm mal selbst mal oder den und jetzt hör auf in dich schlechte idee mini endlich mal klar wird böse papier internet polizei der hat jetzt was hast du jetzt jemand noch aber du traust dich nicht und du hast angst ja jetzt guckst du jetzt blöd an nicht mal frag ihm mal selbst machen gleich wie du und frag dich selbst hey rebecca reusch live ich kann dir erklären warum aber du traust dich nicht du hast ein schiff doch du hast angst ich habe nur zweimal mit becky